Null Ich habe geträumt. Ich habe die Zukunft gesehen. Und die Vergangenheit. Die Erlösung ist nah. Viele Jahre ist es her, dass der Krieg die Zivilisation dahin raffte. Danach herrschte Chaos und für unsereins begann der nackte Überlebenskampf. Immer weiter zogen wir uns in verlassene Gegenden zurück. Verdammt, ein primitives Dasein zu fristen ohne Technologie und Fortschritt. Doch das Warten hat sich gelohnt. Die Erlösung ist nah. Die Glasmenschen sind erwacht, denn ihr Werk ist vollendet. Sie werden aus dem Wasser emporsteigen und den Tempel verlassen. Die Erlösung ist nah. Ihre Schöpfung ist geboren. Ich habe ihn gesehen. Den Organismus. So schwarz wie Kohle. Nicht einmal das Licht kann ihm entrinnen. Ich sah seine Ausläufer hinter den Wäldern emporkriechen. Alles wird eins. Schon bald. Bald schon wird er die gesamte Erdoberfläche bedecken. Und wir werden ein Tal von ihm sein. Die Erlösung ist nah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Schöpfung ist nah. Der Schöpfung ist nah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020